so sehen wir die schwertkämpfer darum wackeln ganz klar im rhythmus ja genau wenn sie alle drei dasselbe machen deswegen am tollsten so so Ja, okay, unser Bäcker wird jetzt hauptsächlich nur mit Backen und Nahrungausliefern beschäftigt sein. So, die Speermacherei ist auch fertig. Ja, Holzwerkzeuge brauchen wir so schnell keine neuen. Okay, beschränken wir erstmal auf neun Speere. Schuhe könnten wir aber mal wieder herstellen. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Schuhe, Schuhe, Schuhe. Schuhe. stellen wir das einmal mal wieder auf unendlich wenn wir merken dass wir kein holz mehr haben ändern wir das ganze so ort können es bauarbeiter noch beides erfahren na gut jetzt erst mal essen so dass sperrmacher erfunden du bist erwachsen du bist erwachsen du wirst träger du wirst bäcker ingi und thorwald du wirst farmer ja das wird sich gleich ändern dass die bauerei leer steht gut du hast schuhe hergestellt so du heiratest erst mal so und jetzt zieht er ein gut ja das schon mal erledigt wenn du die töfferei mit lehmklumpen vollgestopft hast dann darfst du wieder steinmetzarbeiten machen wir brauchen jetzt steine so zwischen den beiden lagern sollte eine straße sein also bauen wir da auch eine straße hin der stein den wir hier haben sollte auf jeden fall für die straße ausreichen ich denke mal mehr straße brauchen wir nicht unbedingt das erste bier wird hergestellt die möbel hier unten sind alle ist aber auch nicht so schlimm die holzwerkzeuge gehen langsam zur neige das ist schlimmer schuhe haben wir jetzt wieder genug wir machen so viel mehl dass der müller jetzt auch wieder auch schon anfängt zum bäcker zu transportieren hier 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, zum Glück hat das Expansion Pack, also die Missions-CD, wie es ja damals noch hieß, oder Add-on-CD, mit einer friedlichen Mission angefangen. Wäre das hier schon eine Kriegsmission, würde es noch viel länger dauern. Zumal wir es heute nicht mehr schaffen in der Aufnahmesession. Aber wenn ich mir so überlege, im Hauptspiel habe ich für die Militärmission teilweise drei bis vier Aufnahmesessions gebraucht. Bin ich mal gespannt, wie es hier dann wird. Oh, wir haben hier voll, das heißt du... Ich mache es jetzt wieder Steinmetz-Arbeiten. Ich hoffe mal, wir kriegen wenigstens noch die Speere fertig. Also ja, ich mache die Speere noch fertig in der Aufnahmesession. Sagen wir es so. Sagen wir es so. Unser Steinmetz ist müde und hungrig. So da essen, trinken, sich den Bauch vollschlagen. Hey, unser Bierbrauer ist auch bald. Oh, wir haben keinen Weizen mehr. Oh, wir waren. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.